Bei der jüngsten Befragung der Mitglieder zu den politischen Leitlinien, Herr Dr. Bronsen, stimmten nur 21,5 Prozent der Mitglieder dem Satz zu, jenseits der geltenden Freizügigkeit innerhalb der EU ist Deutschland nach unserer Überzeugung kein Einwanderungsland. Heißt das umgekehrt, die AfD ist für Deutschland als Einwanderungsland? Nein, ich glaube nicht, dass man das so einfach sehen kann. Ich glaube, der Umkehrschluss ist nicht richtig, dass 78,5 Prozent Deutschland als Einwanderungsland sehen. Es zeigt vielmehr ganz deutlich, dass unsere Mitglieder sehr viel unterscheiden können zwischen einem Land, das eine gewollte Einwanderung möchte und sich gegen eine Einwanderung in unsere Sozialsysteme wehrt. Sie sind britischer und deutscher Staatsbürger. Offenbar geht das in der AfD. Warum ist die AfD denn gegen eine doppelte Staatsbürgerschaft für in Deutschland geborene Türken? Die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Es gibt eine Sonderregelung. Es gibt eine Regelung, die EU-Bürgern und Bürgern der Schweiz erlaubt, eine doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland zu haben. Das Vereinte Königreich gehört zur EU. Ich hatte daher keinerlei Probleme. Die Türkei, wie wir alle wissen, ist nicht Teil der EU. Wenn tatsächlich türkische Eltern sich dazu entschließen, ihrem Kind die deutsche Staatsbürgerschaft geben zu lassen, dann sollten sie das von Anfang an tun und nicht einen späteren Loyalitätskonflikt programmieren. Vielen Dank, Herr Dr. Woll. Ich bedanke mich selbst. Vielen Dank, Herr Dr. Woll.